Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und Herzen, willkommen zu der neuen Folge von Cocoon. Wir stecken hier immer noch fest und ich habe absolut gar keinen Plan, was ich hier denn machen soll. Probieren wir mal was. Gehen wir nochmal zurück hier in die Berg- oder Wüstenlandschaft. Kann ich mit der Kugel hier irgendwas anfangen? Ne. Ne, nicht. Absolut gar nicht. Wieder zurück. Was ist, wenn wir die wechseln? Kann ich dann was anfangen? Hier nicht. Moment mal. Hier kann ich doch da durchlaufen, ja. War ich hier nicht schon? Ah. Ja, guck mal. Na, so funktioniert es. Okay. Und jetzt? Was haben wir hier? Hm. Kannst du das auch wegmachen? Guck mal, mach gleich alles weg. Ah ja. Okay. Ja, aber... Warte mal. Das hier muss doch irgendwas... Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Wird schon richtig sein. Wird schon stimmen, was ich hier mache. Ja, perfekt. Das ist, wenn wir... Was machen? Okay. Was ist, wenn ich... Keine Ahnung, Mann. Ähm. Hm. Ähm. Wollen wir mal da durch? Ich will mal... Ja, okay. Da komme ich nicht weit. Da komme ich nicht weit. Okay. Können wir das da rein... Da reinpacken? Kann ich nicht. Ähm. Sollen wir mal so durchgehen? Ja, fang den ruhig mal ein. Das ist okay. Okay. Das Ziel ist, dass ich da hinkomme. Ja, aber... Ähm. Die Frage ist halt, wie? Ähm. Tja. Tja. Das ist, äh... Ungünstig. Gelinde gesagt. Das müssen wir so irgendwas damit auf sich haben. Ja. 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 Ähm. Ähm. Aber... Also, ich denke mal, das Ziel ist... Ich will das hier reinpacken. Und das dann so timen, dass, ähm... Die Kugel genau dann da hinten ankommt. Oder so zu einem bestimmten Punkt da hinten ankommt. Bei dem ich denn hier irgendwie ruhig laufen kann? I have no idea, man. Ähm. Lassen wir den kleinen Roboter-Kollegen nochmal drauf gehen. Ähm. Kann ich das Ding nicht irgendwie fallen lassen? Ja, doch. Kann ich. Dann nimm ihn hier mal mit. Ah, und guck mal. Jetzt kann ich hier zwischendrin stehen bleiben. Okay. Ja, natürlich. So läuft der Hase. Okay. Und jetzt... Guck mal ne kleine Bootstour. Ah, jetzt können wir die Kugel wiederholen. Okay. Geh mal wieder zurück. Und dort können wir dann über die Brücke laufen. Mit der Kugel hier. So. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Da geht's nicht durch. Aber hier. So, mach das weg. Bling, bling, bling. Genau. Ah, wumms. Shit, was ist das denn jetzt? Ähm. Oh, freigeschaltet. Okay. Ja. Und jetzt? Okay. Kann ich... Kann ich nicht. Der bewegt sich sogar. Ah, ich müsste da... Ah, ich muss drüber springen. Okay. Gut. Dann machen wir das. Oh, das ist zu langsam. Da muss das Timing also viel besser sein. So, machen wir jetzt schon. So. Okay. Ah, und hier kann der seinen Job erledigen. Dann mach mal dein Ding. Und jetzt wird hier was passieren, oder? Okay. Eine neue Kugel. Muss ich mir aber erst mal verdienen, hm? Oh, je. Jetzt? Ah, ne. Ich krieg das einfach so. Und was kann das? Ah, die Dinger... Ah. Okay. Okay. Was ist, wenn wir jetzt das mal tauschen? Wo komm ich dann hin? Absolut keine Ahnung. Aber es sieht so richtig abgespaced aus. Was ist passiert hier? Was ist passiert hier? Ah, die kommt da nach oben, die Kugel, ne? Aha. Und jetzt kann ich die wiederholen. Oh. Was ist das? Nichts. Noch nichts. Ähm. Okay. Okay. Also wenn ich das da reinpacke. Kann ich da durchlaufen? Kann ich. Lass mal das einfach mal so. Wo ist denn die Kugel jetzt? Ah, da drüben. Okay. Und was passiert, wenn ich die hier reinpacke? Ah, der folgt mir. Okay. Ja, und dann? Geht er da rein? Oh, okay. Was passiert jetzt? Oh, der packt den da mal. Mach das wieder zurück. So. Geht er drauf und wir holen ihn rüber. Ich weiß nicht, für was dieser Roboter ist. Ähm. Mein Freund. Ah, der kann da vielleicht da drauf. Ah. Okay. Er macht mir diese Tür hier auf. Über ne Entage weiter unten. Okay. Ich brauch zwei Kugeln. Schön. Ja, aber... Das ist ja die andere irgendwie. Die Orangene muss ja auch wieder irgendwie holen. Frage ist halt... Wie mach ich das? Ich weiß es nicht. Aber das scheint mir ein größeres Rätsel zu sein. Das heißt, wir machen das morgen. Dann sag ich danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Bye.